Den Schnittwinkel zweier Geraden kannst du auch mit einer Formel berechnen. Im Spezialfall ist der Schnittwinkel ja einfach die Differenz zwischen einem Winkel Alpha und einem Winkel Beta, hier blau markiert. Hätten wir nur den Spezialfall, dann würde die Formel folgendermaßen aussehen. Gamma, also der Schnittwinkel, ist gleich Arcus Tangens von m1 minus m2 durch 1 plus das Produkt aus den beiden Steigungen. Die Gerade 1 lautet 2x minus 4 und die Zahl vor dem x ist die Steigung m1. Die Gerade 2 ist ein Drittel x plus 1 und das ein Drittel vor dem x, das ist die zweite Steigung. Wir setzen jetzt einfach die Steigungen in die Formel oben ein. Also oben 2, dann minus 1 Drittel, weil du musst dir die zweite Steigung abziehen, dann Bruchstrich 1 plus das Produkt aus den beiden, also 2 mal 1 Drittel. Rechnest du das aus, dann hast du den Arcus Tangens von 5 Drittel oben und 5 Drittel unten. Du weißt, das ist ein Bruch, wo Zähler und Nenner gleich sind, das ist eigentlich 1. Also hast du den Arcus Tangens von 1 und der ist, rechnest gern mit dem Taschenrechner nochmal aus, 45 Grad. Wie schön einfach wäre die Welt, wenn wir nur Spezialfälle wie den vorherigen hatten. Manchmal kann es aber sein, dass wir einen allgemeinen Fall haben wie in diesem. Du siehst, Alpha ist wesentlich größer als Beta und somit ist die Differenz von Alpha und Beta größer als 90 Grad. Der Schnittwinkel, der ist aber definiert als derjenige Winkel, der kleiner als 90 Grad ist. Was machen wir da? Dafür gibt es zum Glück auch eine Formel. Wir ergänzen in der Formel, die wir eben im Spezialfall benutzt haben, einfach Betragsstriche. Die machen, dass automatisch der kleinere Winkel von beiden rauskommt. Die erste Gerade, die ist anders, die hat in dem Fall minus 2 Drittel x plus 4 und die zweite Gerade, die ist ein Drittel x plus 1, die ist schon bekannt. Minus 2 Drittel, das ist die erste Steigung und ein Drittel ist m2, also die zweite Steigung. Wir setzen die beiden Steigungen in die Formel ein. Wir haben also minus 2 Drittel, dann minus 1 Drittel, Bruchstrich, die 1 unten drunter, plus und jetzt minus 2 Drittel x 1 Drittel. Jetzt rechnen wir das aus. Oben ergibt sich minus 1 zusammengezählt und unten ergibt sich 7 Neuntel. Wenn du jetzt den Doppelbruch auflöst, dann steht minus 9 Siebtel in den Betragsstrichen. Und du weißt, die Betragsstriche, die entfernen jetzt einfach das negative Vorzeichen. Also bleibt übrig, Akkus Tangens von 9 Siebtel und wenn du das mit dem Taschenrechner ausrechnest, dann kommt 52,13 Grad rund aus. Ist eigentlich super locker mit dieser tollen Formel. Wenn du was über Steigungswinkel rausfinden sollst oder unbedingt eine grafische Herleitung für den Schnittwinkel, dann habe ich dir hier zwei Videos verlinkt, die dir dabei helfen können.